Um das festzustellen, brauchst du immer Vertrauensparteien. Und genau daran ist Gold gescheitert. Gold ist schwierig zu transportieren, Gold ist schwierig digital zu handeln. Also das physische Gold, du kannst damit schlecht bezahlen. Knüppelst da von deinem Goldklumpen so ein paar Krümmel ab und legst dem... So eine Reibe. So eine Reibe, ja, und reifst dem das da auf die Theke und sagst ja hier. Dann muss der erstmal prüfen, ist das überhaupt echt. Gerade bei der größeren Verwahrung hast du immer das Vertrauensproblem und das Lagerungsproblem. Also als Unternehmen mal eben seine rücklagenden Gold zu lagern, geht eigentlich nicht ohne Vertrauenspartei. Du brauchst eine Bank dafür, weil solche großen Mengen selber zu verwahren, ist unfassbar teuer. Es macht keinen Sinn. Und ja, genau das ist etwas, was Gold auch scheitern lassen hat im Goldstandard, weil wir jetzt den Zentralbanken der Amerikaner vertrauen mussten. Und Richard Nixon hat es während des Vietnamkriegs eben aufgesprengt, dieses Vertrauen missbraucht und hat dann mehr Dollar eben gedruckt, als Gold hinterlegt waren. Und genau das kannst du mit Gold-Zertifikaten, mit allen anderen Dingen eben in digitaler Form auch machen, aber mit Bitcoin eben nicht. Das heißt, Bitcoin hat hier Vorteile. Du kannst Milliarden deiner Bitcoin von Land zu Land transportieren, indem du dir zwölf Wörter im Kopf merkst. Und das ist ein Riesenvorteil und es gibt keinen, der in diesen Prozess eingreifen kann. Und weiter hat Bitcoin alle technischen Möglichkeiten zur Teilbarkeit, zur Überprüfbarkeit, Verifizierbarkeit, aber eben auch zum Versand, der mittlerweile durch so etwas wie Lightning im Bruchteil einer Sekunde geht. Und das weltweit, überall gibt es Infrastruktur dafür, dass ich sogar sage, Bitcoin ist Gold bei weitem Überlegen und auch nicht so abhängig von zentralen Marktmanipulationen, die ja, wie 1971 gezeigt hat, sogar hingehen bis an die oberste Ebene, bis zur Regierung und den Zentralbanken. Davor ist Bitcoin geschützt. Und genau das macht für mich als Wertespeicher Bitcoin überlegen zu Gold, auch wenn er es heute natürlich durch die starken Schwankungen noch nicht ganz beweist. Ich habe da in einigen Punkten ein bisschen andere Denker, aber das würde, glaube ich, heute so ein bisschen den Rahmen sprengen. Können wir gerne mal irgendwann aber trotzdem drüber sprechen, würde mich ja auch interessieren. Unbedingt, sehr, sehr gerne. Vielleicht in dem Zusammenhang, was ich dich dann noch anschließend fragen kann, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass dieses Problem gelöst werden könnte durch eine mit Gold gedeckte Kryptowährung? Also, dass quasi Gold digitalisiert wird durch ein Kryptoasset, dass eben im Endeffekt dieses Problem so gehandhabt oder gelöst wird dadurch, dass eben etwas kombiniert wird? Naja, du hast ja trotzdem, brauchst ja den Beweis. Also, wie willst du beweisen, dass es halt das Gold immer noch gibt, dass es immer noch an derselben Stelle physisch liegt? Also, du könntest ja einen Livestream machen vom Keller der Zentralbank, wo eine Kamera läuft. Und alle können das immer sehen. Aber woher willst du wissen, ob das Bild nicht ausgetauscht wurde, ob das nicht eine alte Aufnahme ist, die immer wieder gezeigt wird? Wie würdest du beweisen wollen, dass das Gold immer noch an der gleichen Stelle liegt? Also, du könntest jetzt Livestream den Keller von der Zentralbank. Da müsstest du immer sicherstellen, dass das Bild noch das echte Bild ist, dass es keine alte Aufnahme ist und so weiter. Du musst also wieder einer Partei vertrauen, die sagt, hey, ich habe hier das hinterlegt und das ist jetzt danach auch nicht mehr gehandelt worden. Das liegt ja immer noch und so weiter. Also, du hast das Vertrauensproblem nicht eliminiert. Und das ist das sogenannte Orakelproblem. Da spricht man in der Bitcoin-Welt immer gerne von, weil du diesem einen Orakel vertraust, was sagt, ja, da liegt das Gold wirklich und hier ist der Token-Gegenwert dafür. Und das heißt, das Problem ist eigentlich das Gleiche, wie das bislang bei den Zentralbanken eben auch war. Und wie will man das eben ausschalten, dieses Problem? Die einzige Möglichkeit, das zu eliminieren, hat Satoshi Nakamoto so erkannt, ist eben, indem du in der Realwelt wirklich Arbeit leisten musst. Denn physikalische Arbeit ist unumstößlich. Also, du kannst auf physikalischer Ebene keine Energie aus dem Licht erzeugen, du kannst Energie auch nicht vernichten, du kannst Energie immer nur umwandeln. Und das heißt, dieser Umwandlungsprozess, das ist die unterste Ebene von, egal was es gibt, von jedem Denkprozess, von jedem Handlungsprozess. Und ja, wenn das nicht sicher ist, ist quasi auch nichts anderes sicher. Da muss man sich ein bisschen mit Physik auseinandersetzen, das ist auf jeden Fall hochspannend. Und Satoshi Nakamoto hat eben dann festgestellt, ja, wenn du wirklich, wirklich jede Vertrauenspartei eliminieren willst, geht das nur so. Und das macht Bitcoin so besonders am Ende. Da gebe ich dir übrigens definitiv recht. Ja, allerdings gibt es ja durchaus, also einige Ideen zu dem ganzen Thema mit goldgedeckten Kryptowährungen. Es gibt ja, also erstmal gebe ich dir recht, mit dem Thema Vertrauen ist es natürlich nochmal eine Hürde, die zu gehen ist. Auf der anderen Seite wäre es nicht vorstellbar, dass zum Beispiel ein Gesetz erlassen wird, dass jeder Goldhandel nur noch mit QR-Code-Blistern folgen darf. Als Beispiel. Das heißt, jeder Goldbarren ist in einem Blister, da ist ein QR-Code drauf, der wird digitalisiert auf der Chain. Es gibt ja mittlerweile auch Blockchains, die sich auf Lieferketten-Tracking zum Beispiel konzentrieren. Und das irgendwann, ich meine, wir sind ja jetzt auch in der Lage, zum Beispiel einigermaßen transparent die Goldbestände zu sehen, der, wir wissen zum Beispiel, glaube ich, USA hat den größten Goldbestand direkt gefolgt von Deutschland. Auf jeden Fall gibt es da ja auch Übersichten, auch wenn sie vielleicht nicht grammgenau sind, ungefähr die Verteilung des Goldes. Könnte nicht theoretisch sowas einmalig von Institutionen wie beispielsweise der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank und sonstigen großen Zentralbanken oder dem IMF als Beispiel quasi gesetzlich geregelt wird? Einmalig werden alle Golddinger erfasst, wie bei so einer ganz, ganz großen Aufnahme in einem Betrieb. Und dann werden die eben quasi als Ist-Zustand dargelegt. Da wird dann drauf gebürgt. Die Minen und so weiter bürgen ebenfalls dafür. Das Ganze wird eben verstaatlicht so ungefähr. Und dann hat man eben einmal den Ist-Zustand und könnte den dann ja digitalisieren. Klar hast du recht, das ist immer noch eine Grauzone. Ich meine, die können ja auch lügen. Aber das tun sie jetzt ja größtenteils wahrscheinlich auch schon bei vielen anderen Themen. Wir kämen vom Regen in die Traufe. Stell dir vor, alle Länder machen das. Und jetzt, angenommen, wir hätten das vor dem Ukraine-Konflikt, hätten wir so ein System gehabt. Und alle hätten das gemacht, auch Russland. Und Russland hätte schon vorher, um seine Militärmacht auszubauen, angefangen, bei diesem Prozess zu cheaten. Und hätte QR-Codes rausgehauen, die eben nicht gedeckt sind. Einfach um einen eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu den anderen Ländern zu haben. Dann hättest du jetzt eine aufgeblähte Goldmenge. Und dann müsstest du prüfen, ja, welche sind im Umlauf, welche gehören Russland und so weiter. Und müsstest versuchen, das alles wieder rauszurechnen. Dabei ist der Bestand ja schon im Handelsbereich und hat schon einen Preis definiert. Also du kommst nie los. Also die Problematik ist, solange du Vertrauensstellen hast, wird auch ein Missbrauch möglich sein auf irgendeiner Ebene. Und wie gesagt, genau so war eigentlich das System der Amerikaner mit dem US-Dollar. Also das Bretton-Woods-Abkommen hat man während des Zweiten Weltkriegs genau dafür geschlossen. Man hat gesagt, hey, schau mal, die Deutschen drehen da völlig frei. Es wäre gut, wenn wir als Alliierte eine Möglichkeit haben, miteinander Handel zu treiben global, wo wir uns auf ein Geld einigen. Und jeder hat Gold. Das ist die Grundbasis für das Geld, was wir benutzen für den internationalen Handel. Und wir als Zentralbank, ja, wir machen jetzt hier die Bestandsaufnahme. Ihr schickt uns euer ganzes Gold. Wir geben euch die Dollar raus. Das ist äquivalent zu deinen QR-Codes oder den Barcodes. Und mit diesen Dollarn können wir jetzt überall handeln, weil ihr könnt euch sicher sein, dass es hinterlegt. Und dann wurde schon über die Jahre danach Fractional Reserve gemacht. Also es wurde schon mehr Dollar ausgegeben, als Gold hinterlegt war. Und ab einem gewissen Punkt dann, 1971, war Richard Nixon wirklich pleite durch diesen Krieg, den er führen wollte, mit dem Vietnam. Und hat dann gesagt, ja, doofe Situation. Dann kamen nämlich die Engländer, nee, die Niederländer und die Franzosen waren es. Dann kamen dann zu Nixon und standen wirklich mit den Schiffen im Hafen der Amerikaner und haben gesagt, so Nixon, pass mal auf, wir glauben, du hast kein Geld mehr. Und noch viel schlimmer, wir glauben, du hast kein Gold mehr. Oder wir befürchten, dass deine Goldreserven aufgebraucht sind. Wie wäre es? Wir haben dir Dollar mitgebracht. Die Schiffe sind voll mit deinen Dollarnoten. Nimm die bitte zurück. Gib uns unser Gold. Und dann hat er gesagt, oh, ja, ganz schwierig jetzt hier. Habe ich nämlich nicht. Wir machen das jetzt anders. Jetzt kriegt ihr noch mehr Dollar und haut wieder ab und euer Gold behalte ich. Punkt. Und so machen wir es jetzt temporär. Und dieser temporäre Zustand hält bis heute an. Und weißt du, wie schön man sagt, die Definition von Wahnsinn ist, denselben Fehler immer wieder zu machen, aber ein anderes Ergebnis zu eraufen. Und wenn wir jetzt wieder anfangen würden, eine Vertrauensbasis so zu schaffen, dann wird dir in Zukunft irgendwann die gleichen Manipulationen erlauben. Ich bin hundertprozentig bei dir. Und ich sage auch nicht, dass ein Goldstandard jetzt unbedingt die Freiheit und demokratischen Ansätze verbessern würde. Nur was Fakt ist, es gibt ja auch Konsortien, die Zentralbanken vereinen. Ich meine, wir haben ja in der Gesundheitspolitik gesehen, dass eine einzige Institution, die WHO, weltweite Entscheidungen getroffen hat. Und unter uns, ich weiß nicht mal genau, wo die sitzen, aber Fakt ist, jedes Land hat sich dem gebeugt. Könnte ja sein, dass zum Beispiel die Bank für internationalen Zahlungsausgleich oder andere Konsortien aus Zentralbankern, dass die eben gemeinschaftlich in ihrem Gremium eine Entscheidung treffen, die dann alle Zentralbanken einzuhalten haben. Klar kann man das jetzt auch in Frage stellen, aber wir haben ja gesehen, es geht in anderen Bereichen ja irgendwie auch zentralisiert. Könnte ja vielleicht auch so sein, dass die dann irgendwie zentral für alle Zentralbanken gemeinschaftlich nach einer großen Abstimmung oder was auch immer denn da vielleicht in irgendeiner Form demokratisch passiert, zu einem Ergebnis kommen und das dann eben so festsetzen. Das ist ein guter Punkt, da möchte ich aber tatsächlich noch kurz drauf eingehen, weil es ist sehr wichtig. Ich glaube, du musst ja definitiv noch eine Trennung zwischen der WHO und den Zentralbanken machen, denn wenn ich dich jetzt frage, was ist Geld, was wäre deine Antwort darauf? Geld ist ein Medium, das für den Handeln und Tausch genutzt wird. Es muss teilbar sein, es muss eine Art Wertspeicherung mit sich bringen, dass ich eben vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt genau das Gleiche damit anfangen kann, wie zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt noch ein paar weitere Faktoren, zum Beispiel könnte ja die Mona Lisa nicht zu Geld werden, weil sie eben schlecht teilbar ist und so. Also du kannst dann auch zwar in Zukunft dir wahrscheinlich mehr von deiner Mona Lisa leisten, aber du bist auch der Einzige, weil wenn es zwei gibt, dann stimmt bei dem einen was nicht. Die Sache ist, Geld ist deine Lebenszeit. Du leistest Lebenszeit in Form von Arbeitszeit und bekommst dafür ein Äquivalent. Geld ist das Tauschgut, wo du wiederum Lebenszeit von anderen mit kaufen kannst. Du gehst jetzt hin, gehst zum Bäcker und ob der seine Lebenszeit dafür aufgebracht hat, das Brot per Hand zu backen oder eine Maschine dafür benutzt hat, er hat irgendwie in irgendeiner Form Zeit gebraucht und hat auch mit dem Geld, was er bekommen hat, Lebenszeit von einem Müller wiederum gekauft, der ihm das Brot liefert oder Lebenszeit von dem Wasserlieferanten, wie auch immer das technisch dann umgesetzt wurde, aber Geld ist Lebenszeit. Er hat nämlich ja den Film In Time, kennst du bestimmt, ne? Ja, ist ein guter Film. Das ist doch eigentlich das Paradebeispiel für diese Metapher. Es gibt noch einen, der aus unserer Kindheit kommt, Momo und die Zeitdiebe und die Zeitsparkassen, die immer mehr Zeit haben wollen von den Menschen und deswegen immer mehr Produkte herstellen, womit die Leute ihre Zeit verbringen. Also es ist sehr interessant. Also Geld, Geld ist eine ganz besondere Eigenschaft und deswegen würde ich auch nicht das unbedingt gleichsetzen mit einem Institut, was versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu machen. Ich stelle eher in Frage, ob überhaupt eine zentrale Institution über die Lebenszeit der Menschen bestimmen sollte. Und das halte ich nämlich für sehr gefährlich und ich will eigentlich meiner Lebenszeit keiner Institution anvertrauen. Und das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt, weil aus dieser Betrachtungsweise ist es halt so, dass wenn du jetzt hingehst und sagst, alle Zentralbanker bestimmen jetzt wieder, dann hast du irgendwann entweder eine Globalisierung, die funktioniert und das hat sie noch nie und dann aber auch eine Globalisierung, in der eigentlich das Individuum sich gar nicht mehr gegen diese Entscheidung schützen kann. Und mal als Beispiel, ich glaube, dass Zentralbanken einer der großen Treiber von Bitcoin sein werden, weil Bitcoin auch den Zentralbanken eine Unterabhängigkeit ermöglicht. Schau dir mal die Situation in Venezuela an. Venezuela, Embargo gegen erhoben worden durch die westliche Welt. Das heißt, Venezuela darf den Dollar nicht mehr für den internationalen Handel benutzen und da alles im Dollar denominiert ist, kannst du nur mit dem Dollar handeln. Was soll Venezuela anbieten? Den eigenen Boulevard, der am Tag 70% Wertverlust hat, dem will kein anderes Land. Das heißt, wenn die nicht den Dollar benutzen dürfen und die Dollarwege kontrolliert sind durch die USA und durch das SWIFT-System, was machst du jetzt? Ja, gar nichts. Du kannst mit keinem mehr handeln und jetzt bist du handlungsunfähig und das ist katastrophal für die Regierung, aber vor allem für die Bevölkerung. Ganz, ganz schlimm. Die Zentralbank der Venezuelaner, heißt es so? Ich glaube schon. Die hat sich dazu entschieden, Bitcoin zu kaufen und die haben Bitcoin und benutzen Bitcoin, um internationalen Handel treiben zu können. Mit Ländern, die eben auch Bitcoin anbieten. Und jetzt könnten zwei Länder, die beide ein Embargo durch die USA erfahren haben, ineinander trotzdem weiter Handel betreiben, weil sie ein Geld haben, was international funktioniert, was du digital überprüfen und versenden kannst, innerhalb von spätestens zehn Minuten sogar über die Blockchain, wo du jeden Wert übertragen kannst und was komplett unabhängig ist von der zentralen Entscheidung, der zentralen Zensur. Das heißt, wenn alleine jede Zentralbank weltweit nur fünf Prozent Bitcoin hält, nur um im Zweifelsfall, im Ausfall eines Systems, einen gewissen, einen gewissen Handlungsspielraum zu haben, trotzdem Vertrauensparteien unabhängig handeln zu können, ist es wertvoll. Es ist eine Art Absicherung, eine Art Sicherheit. Und ich glaube nicht, dass wir jemals eine globale Einigung bekommen werden. Das hat es noch nie gegeben und wird es, glaube ich, auch nie geben und muss es auch gar nicht geben. Dann wird es immer Länder geben, die davon profitieren, sich nicht abhängig zu machen von den USA als Beispiel. Und dementsprechend deine Lebenszeit zentral verwaltet zu sehen, finde ich schlimm. Und das Zweite, glaube ich auch, dass Zentralbanken ebenfalls keinen Vorteil haben, sich an einem System zu verkaufen. Also sehr, sehr spannend. Und du hast, glaube ich, den wichtigsten Punkt heute angesprochen. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, der immer viele Leute so immer diese politischen Bereiche schiebt. Es gibt immer dieses Bitcoin-Maxi, XRP-Maxi, dieser Maxi, was auch immer. Ich muss, glaube ich, ganz klar trennen. Und ich glaube, so wie ich jetzt denke, ticken ganz viele meiner Zuschauer vor allem. Und zwar, du hattest gerade was sehr Wichtiges gesagt, du hast keinen Bock in so einem System zu leben, das irgendwie von Zentralbanken irgendwas vorgibt. Und du hast auch keinen Bock darauf. Du wirst immer die Freiheit und die freien Entscheidungen. Und ich glaube, ich bin erst einmal 100 Prozent bei dir und glaube, die Grundidee von Bitcoin ist die freiste und demokratischste, die man sich vorstellen kann. Nur hat mich irgendwann die Realität eingeholt. Und ich bin einfach der Meinung, wenn ich jetzt meine Taschentücher verwetten sollte, eine Institution, die den Goldstandard abschaffen kann, um wahllos mehr Geld zu drucken und ihre Kontrolle zu halten, damit die Franzosen nicht losschießen, die werden auch in Zukunft nicht in der Lage sein wollen, diese Macht abzugeben. Und in dem Moment, wo du plötzlich dieses System wechseln würdest oder sogar eingestehst, dass ein dezentrales System wie Bitcoin eine Grundsicherung wäre in irgendeiner Form, würdest du dir ja eingestehen, dass dein bisheriges ganzes Konstrukt einfach nur schlecht war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, ich bin auch über Bitcoin in das ganze Thema reingerutscht, der einzige Grund, warum wir alle der Meinung sind, dass XRP als Beispiel so eine große Zukunft vor sich hat, weil sie eben mit den Zentralbanken Hand an Hand arbeiten. Wir haben halt die Hoffnung, dass wir an diesen Verbrechern, an den Bankern irgendwo mit partizipieren können, anstatt auch noch da Nase machen zu müssen, wenn sie denn vielleicht irgendwann mal, es geht ja immer mehr in die Richtung CBDCs, staatliche Kryptowährungen, also Alternativen zu dem, was wir schon kennen. Wir haben halt die, wir haben die Gedanken, dass vielleicht irgendwann mal die Staaten eben genau deshalb irgendwann dieses Konstrukt von Ripple als Beispiel jetzt verwenden, mit ihnen gemeinsam etwas aufziehen. Ich glaube, es geht nie darum, dass niemand versteht, wie viel Freiheit Bitcoin bedeutet. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass diese Institutionen, die so morallos scheinen, dass die plötzlich anfangen, moralisch nachzudenken und auf einmal zu erkennen, dass es da gute Lösungsansätze gibt. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum man eben nicht so an Bitcoin glaubt in mancher Situation. Ja, würde ich auch direkt darauf eingehen, weil das ist ein super... Gerne, gerne. Also die Fragen, wir machen genauso weiter. Perfekt. Es geht überhaupt nicht um einen moralischen Aspekt in dem Moment, der ist für das Individuum vielleicht wichtig. In diesem Moment geht es wirklich um einen ökonomischen Aspekt. Sagt dir die Geschichte von George Sordos spekulative Attacke gegen den britischen Fund etwas? Ja, er ist hingegangen und hat die festen Wechselkurse der Zentralbanken ausgehebelt, die Währungswechselkurse. Und er hat das damals sogar mit der D-Mark gemacht und hat den britischen Fund quasi unter Druck gesetzt, indem er sich immer mehr britischen Fundschulden gemacht hat und davon immer mehr D-Mark gekauft hat und hat damit die Wechselkurse natürlich ins Wanken gebracht. Und an einem gewissen Punkt musste er auch zurück. Du kannst solche spekulativen Attacken theoretisch auch mit einem knappen Gut wie Gold machen. Jetzt ist aber die Sache, das ist auch ein Grund, warum Zentralbanken solche großen Mengen Gold halten. Also in dem Moment, wo eine spekulative Attacke mit Gold passieren würde, würden die Amerikaner das Gold einfach auf den Markt schmeißen, um den Gegendruck im Markt auszulösen. Das heißt, der Goldkurs würde fallen, der Dollarkurs würde steigen, also sie würden mit dem Gold ihre Dollar vom Markt zurückkaufen. Bei Bitcoin hast du nicht mal die Möglichkeit, so zu tun, als wenn dein Keller voll mit Gold liegt, voll mit Bitcoin liegt, wenn du sie nicht wirklich hast. Was passiert, wenn, sagen wir mal, nur die 20 ärmsten Länder der Welt Bitcoin für sich akzeptieren und anfangen, Wirtschaftskreisläufe darauf aufzubauen? Bitcoin wird auf einmal zu einer Währung, die da ist und die einfach da bleibt. Und wenn ich dann Schulden in Dollar mache und die in das knappste Gut der Welt stecke, in das überprüfbar knappste Gut der Welt stecke, dann wird dieses Gut immer teurer und teurer und teurer und teurer. Und später kann auch der Letzte, der gar nichts von Ökonomie versteht, sehen, hey, hätte ich vor einem Jahr ein Bitcoin gekauft mit Dollar, dann hätte ich jetzt mehr Bitcoin und mehr Dollar Gegenwert. Hätte ich vor zwei Jahren gekauft, wäre das noch krasser, dieser Effekt, vor drei Jahren noch krasser und spätestens nach, dem wirklich du schon pleite bist, kommt irgendwann die harte Realität, die harte Ökonomie und zeigt dir, du kommst gar nicht um diesen Prozess drum herum. Früher oder später musst du das, weil das wird einfach immer wertvoller. Und die Amerikaner konnten deswegen ihre Macht ausnutzen, weil sie das Vertrauen aller Menschen hatten auf Basis des Goldstandards. Aber das haben sie ja bei Bitcoin nicht. Und das ist der große Vorteil. Das heißt, welchen Prozess könnte es geben, dass es keine spekulative Attacke gegen den Dollar gibt, in dem die Leute immer mehr Dollar Schulden machen und der Staatsprozess muss Schulden machen, sonst kollabiert er. Das heißt, wie könnte man verhindern, dass dieses Schuldengeld nicht unendlich lange nach Bitcoin geschoben wird? Das kannst du nicht verändern. Der einzige Punkt, den du machen kannst, ist der gleiche wie mit Gold. Du holst dir große Mengen dieses Gutes, packst dir das aufs Stash und in dem Moment, wo eine spekulative Attacke startet, wo wirklich alle anfangen, versuchst du Gesetze dagegen zu machen, die du aber auch mit einem sehr teuren, kostspieligen Staatsprozess am Leben halten musst und musst die Bitcoin in dem Moment in den Markt schütten, um einen Gegendruck am Markt auszulösen, um zumindest temporär alle, die darauf wetten, quasi in den Markt reinhebeln, zu liquidieren. Anders kannst du es nicht. Das heißt, die Amerikaner werden meiner Meinung nach, sofern sich Bitcoin weiter verbreitet, gar nicht drum herum kommen, als Zentralbank Bitcoin zu kaufen, um die eigene Währung zu schützen. Weil es gibt kein anderes Gut, was so knapp ist. Jedes Gut, was unabhängig von physikalischer Leistung versucht, eine Knappheit zu suggerieren, hat ab einem ganz gewissen Punkt eine Vertrauensebene. Ob es die Entwickler sind oder eine exponierte Machtstellung im Netzwerk oder Amazon WS, immer wenn es keine physikalische Leistung als Grundebene gibt, gibt es einen Punkt, wo du die Protokollebene und damit auch das Supply angreifen kannst. Und das macht Bitcoin so resilient. Die gesamte Bitcoin-Industrie, damals, wo wir wieder zur DCG kommen, die haben versucht, damals Bitcoin zu ändern, 2018. Die wollten dem Bitcoin neue Regeln verpassen. War da nicht das New York Agreement oder so? Das New York Agreement, genau. Die wollten Bitcoin ändern und wollten die Block Size vergrößern, die Blockgröße vergrößern, weil sie gesagt haben, es sind schnellere Transaktionen bei Bitcoin möglich. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil am Ende werden dann einfach mehr Transaktionen gemacht, weil sie günstiger sind. Hat aber zur Folge, dass die Blockchain schneller ansteigt und dass du dann irgendwann große Dienstleister brauchst, die eben die gesamte Kette speichern können, weil der Speicherplatzbedarf irgendwann so groß wird. Und mal um hochzurechnen, würdest du alle Finanztransaktionen, die weltweit passieren, in der Bitcoin-Blockchain speichern, bräuchtest du Terabyte-Blöcke. Das heißt, du müsstest alle zehn Minuten einen Terabyte Speicher hinzufügen, der bei allen Netzwerkteilnehmern, die sowas hier betreiben, gespeichert werden müsste. Das heißt, alle zehn Minuten ein Terabyte Festplatte dran klatschen. Alle zehn Minuten. Das ist nicht möglich. Deswegen haben die Bitcoiner erkannt, naja, das könnt ihr gerne machen, euer Netzwerk da umbauen mit größeren Blöcken. Die Realität ist aber, die Finanztransaktionen müssen in einem anderen Netzwerk passieren, eben in einem Lightning-Netzwerk. Und Bitcoin ist eigentlich nur das Settlement-Layer, diese Blockchain. Und so schaffen wir es, dass man nämlich mit so einem richtig günstigen Gerät immer noch alles speichern kann und Dezentralität wird gewahrt. Daraufhin hat das New York Agreement und dabei waren über 60 Unternehmen, glaube ich, am Ende, oder alle, die damals Krypto-Industrie waren. Also egal wer, sogar Bitwala, Ledger, also alle, die mit DCG auch investiert waren, selbst die großen Medienhäuser wie Cointelegraph, alle waren dabei, ja, wir ändern jetzt den Bitcoin-Code. Und weißt du, was passiert ist? Bitcoin-Cash ist entstanden. Ja, aber warum? Weil sie festgestellt haben, dass es einfach doch nicht so funktioniert, wie sie wollen? Nein, weil die Leute gesagt haben, ihr könnt alle Miner überzeugen, das zu tun. Ihr könnt die Miner überzeugen, den Code zu ändern. Aber das wird nicht Bitcoin ändern. Weil wir als Nutzer, wenn die Miner im Netzwerk meinen, was keine Nutzer mehr hat, was glaubt ihr, ist dieses Netzwerk wert? Was glaubt ihr, sind die Coins wert, die die Miner meinen? Und was glaubt ihr, wie viele Transaktionen in diesem Netzwerk passieren? Ohne uns Nutzer seid ihr gar nichts. Wenn ihr Bitcoin ändert, werden unsere Fullnodes eure Blöcke ablehnen. Dann meint ihr ein neues Netzwerk. Und das ist passiert. Das ist Bitcoin-Cash. Und die Miner, die bei den Nutzern geblieben sind, haben weiterhin den Bitcoin gemeint, den die Nutzer für sich definiert haben. Das bedeutet, du kannst das Sentiment nicht mit einer zentralen Macht ändern. Das ist versucht worden. Das ist gescheitert, kläglich gescheitert. Und genau das ist die Besonderheit, die Bitcoin zu dem macht, was es ist. Es ist ein Netzwerk, was getrieben ist durch den Willen der Gesellschaft, nicht den Willen von zentralen Institutionen. Und jede zentrale Institution muss sich diesem Willen beugen. Und das ist die Besonderheit. Weil wenn sie es nicht tut, dann wird sie früher oder später an ihrer Zentralität untergehen. Wie gesagt, der Dollar, der wird immer weiter ausgeweitet. Was passiert? Wenn ich jemanden als Michael Saylor hingehe und das hat er ja jetzt schon gemacht, er hat Schulden in Dollar gemacht, um damit Bitcoin zu kaufen. Stell dir mal vor, das macht nicht nur Michael Saylor, sondern alle Unternehmen weltweit, nicht nur in den USA, wo die USA vielleicht Gesetze drüber stülpen können, sondern alle Unternehmen weltweit machen Schulden in den Fiat-Währungen, was sie ja müssen. Alle Unternehmen sind, also 90 Prozent der Unternehmen sind hochrentenverschuldet. Sie müssen Schulden machen, sonst kollabiert die Wirtschaft. Und was ist, wenn sie dieses Geld statt in Produktion zahlen, in Bitcoin stecken? Und selbst wenn es in 90 Prozent aller Länder verboten ist, es wird ein paar Länder geben, wo das geht. Und dann wirst du früher oder später einen Gegendruck gegen deine Fiat-Währung haben. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als das Spiel mitzuspielen, um deine eigene Fiat-Währung zu schützen. Das heißt, Bitcoin kann den Lebenszeitraum eines Dollars verlängern und wird wahrscheinlich sogar notwendig sein. Also so als eine Art Reservewährung siehst du das Ganze denn irgendwo? Absolut. Weil ich sehe bei der ganzen Thematik, diese ganzen Sicherheitsaspekte, finde ich übrigens, ihr seht, was ich vorhin eingangs meinte, er ist halt wirklich extrem belesen in dem Thema. Also wenn ihr da noch Fragen habt, dann haut sie gerne mal in die Kommentare, dann werde ich die gerne weiterleiten und auch gerne bei dir auf deinem Kanal mal das nächste Video schauen und dann mal was drunter schreiben. Aber was meiner Meinung nach der Grund ist, warum übrigens alles, was du gesagt hast, ist ja sehr positiv für uns, ja, und das habe ich auch nie abgestritten, ist glaube ich der Punkt, die Länder würden sich damit ja wieder auferlegen, wieder vernünftig zu wirtschaften. Die müssten ja wieder vernünftig arbeiten, die müssten ja wieder Raketen nur dann bauen, wenn sie auch das Geld dafür überhaupt verdient haben vorher. Das würde ja bedeuten, dass die gesamten Machtverhältnisse komplett durchgerüttelt werden, weil jetzt gefühlt all die, die momentan an der Macht sitzen, ja genau das Gegenteil tun, nämlich eigentlich ihre Fehler mit neuem Geld, das sie gedruckt haben, wieder ausmerzen. Und ich habe halt die Sorge oder die Befürchtung, dass die daran nicht abgehalten werden, dieses makabere System fortzuführen und eben nicht zurückkehren wollen zu einer vernünftigen wirtschaftlichen Lösung, die alle zufrieden macht, sondern versuchen werden, ihr Fiat-Giral-Geldsystem einfach nur zu digitalisieren in Form von irgendwelchen CBDCs und das Ganze noch schlimmer zu machen, indem sie dann am Ende vielleicht sogar durch ein Konto oder ein Wallet, das wir haben müssen bei der EZB oder ein Wallet, das wir haben müssen bei der FED oder wie auch immer das ablaufen würde, dass die dann am Ende sogar noch uns vorschreiben könnten, wann das Geld auszugeben ist, wie viel wir haben dürfen. Ja, die Gefahr besteht absolut. Also das ist eben so die Sorge, die wir mit uns tragen und das ist eben, glaube ich, auch der Grund, warum viele Leute immer so ein bisschen skeptisch sind, was so die langfristige Prognose von Bitcoin-Entwicklung angeht. Die Technicals sprechen für sich, es gibt kein sichereres Netzwerk, das ist offensichtlich, es gibt auch kein so beliebtes Netzwerk und so stark genutztes und so weit verbreitetes. Da kann also auch niemand irgendwie jetzt nächste Woche was Neues eröffnen und auf einmal denken, er könnte das. Nur habe ich halt die Sorge und die tragen wir halt alle mit uns, dass irgendwie, obwohl es so logisch wäre, dass man ein so demokratisches System wählt, leider wieder nicht Logik siegt, sondern eben die bisher Eingesessenen. Weißt du, was das Gute ist? Unsere Geschichte lehrt uns das Gegenteil, aber verzehrt sich. Die Effekte von Geldpolitik sind immer langfristig zu betrachten, gerade gesellschaftliche Sachen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Dollar innerhalb der nächsten fünf Jahre kollabiert. Ich glaube, dass es ein Prozess ist, eben durch diese Boom-in-Bass-Zyklen, durch Gesetze, durch solche Entwicklungen sind es immer langfristige Entwicklungen. Ich würde mir gar nicht wünschen, dass morgen alles Geld abgeschafft für so ein Bitcoin unser Geld wäre, weil wir haben eine Gesellschaft aufgebaut auf Basis von Fiat-Geld, auf Basis dieser Verschuldung. Das heißt, wäre das von heute auf morgen weg, wer bezahlt die Polizei? Wer bezahlt den Krankenwagen? Das wäre ein Totalzusammenbruch. Das wünscht sich niemand und ich am allerwenigsten. Ich glaube, dass wir eine gesunde Transition hin zu einem Bitcoin-Standard bekommen müssen und ich glaube, dass sowas wie Bitcoin als Reserve für die Reservewährung eine Art Annäherung an ein mehr wirtschaftlicheres System wäre, weil du eben anfangen musst, deine eigene Fiat-Währung nach und nach an Bitcoin zu orientieren und dann irgendwann eben ein Switch nicht mehr so hart wäre. Aber zum Beispiel sehen viele für ein sozialistisches System oder ein zentral geführtes System China als so ein Leitbeispiel für dieses starke Wachstum. Weißt du, was interessant ist? Chinas starkes Wachstum basiert nicht auf der zentralen Marktführung. Die zentrale Marktführung hemmt dieses Wachstum sogar. Der extreme wirtschaftliche Aufschwung lag an den Sonderwirtschaftszonen Hongkong und Shenzhen. Diese beiden Wirtschaftszonen hatten in China quasi Narrenfreiheit. Da gab es keinen chinesischen Staat, der eingegriffen hat in die Geschäftsprozesse. Die konnten machen, wie sie wollten. Und das hat den extrem massiven Wachstum oder deswegen hat es dieses massive Wachstum in den letzten 25 Jahren gegeben. Und mittlerweile seit einigen Jahren greift China in diese beiden Marktzonen wieder ein. Gerade Hongkong ein großes Thema, aber eben auch Shenzhen. Und was man sieht ist, dass das chinesische Wachstum gerade massiv zurückgeht. Die interessante Sache ist, obwohl China solche sehr diktatorischen Tendenzen hat, konnten sie ein extremes Wachstum hinlegen, weil sie gewisse Sonderwirtschaftszonen hatten, die eben losgelöst waren von diesem zentralen Eingriff. Wir berichten, dass China mit ihrer sehr zentralen Marktführung doch so erfolgreich seien, was sie gar nicht waren. Das ist sehr interessant und historisch lässt sich das eigentlich an allen Dingen belegen. Schau die DDR an. Schau die Sowjetunion an. Die Problematik ist, das kannst du eine Zeit lang aufrechterhalten, aber an einem gewissen Punkt wird der Zustand so schlecht für alle Teilnehmer, dass sie dahin wechseln, wo es eben den freien Markt gibt und irgendwo wird es den immer geben. Du kannst als zentrales System nicht alles kontrollieren, weil dir nicht alle Informationen aus jedem Segment deines Marktes vorliegen. Und genau das ist ja auch die, ich nenne es mal, böse Arroganz einer zentralen Institution zu denken, sie könnte besser den Bedarf der Menschen für die Zukunft planen, als die Menschen, das durch ihre Kaufkraft könnten. Und so eine richtige Planwirtschaft seitens der einzelnen Länder. Jeder weiß, dass Planwirtschaft nicht funktioniert, oder? Ich meine, das hat die Geschichte doch eindeutig bewiesen. Das heißt aber auch, dass der planwirtschaftliche Prozess langfristig gesehen nicht bestehen kann. Aber ja, ich gebe dir recht, der kann sehr viel gesellschaftlichen Schaden verursachen. Diese extrem geplanten Systeme haben Millionen von Menschenleben gefordert. Ob es damals Mao war in China oder ob es die Sowjetunion war oder sonst was. geplante Planwirtschaft oder geplante Marktwirtschaft ist immer katastrophal, weil sie am Ende dazu führt, dass das geplanende System einfach sämtliche Ressourcen verschlingt, um diesen Planungsprozess aufrechterhalten zu können. Und das ist eben ein Prozess, der am Anfang noch verhältnismäßig freiheitlich startet und der den Rahmen, den Gürtel immer enger zieht. Die Sache ist, Bitcoin ist die ganze Zeit da. Es ist die ganze Zeit das Äquivalent dazu, wo keiner eingreifen kann, wo Marktwirtschaft herrscht von den Minern bis oben zum endgültigen Produkt. Und diese Geltigkeit, die Bitcoin in dem Moment erzeugt. Und das ist tatsächlich ein Begriff. Es kann ein Gut geldig sein, in dem es eben mehr Eigenschaften von Geld erfüllt und als Gesellschaft als Geld akzeptiert wird. Die ist bei Bitcoin unfassbar auch. Und Satoshi Nakamoto hat das gewusst. Er hat Bitcoin mit diesen Regeln definiert, weil es nach Auffassung der österreichischen Ökonomielehrer erfüllt Bitcoin alles, was ein gutes Geld haben muss, ein perfektes Geld haben muss. Interessanterweise gibt es sehr viele historische Belege dafür, dass Menschen in sehr freien marktwirtschaftlichen Systemen, dass es den Menschen dort von der Gesamtbevölkerung besser geht, dass es weniger Armut gibt, mehr Wohlstand, der gleichmäßiger verteilt ist und so weiter. Dass heute Wohlstand sehr ungleich verteilt ist, liegt vor allem im Cantillon-Effekt und der zentralen Geldschöpfung, die eben zentral verweitet und auch umverteilt wird. Und das macht auch einzelne Individuen wieder sehr reich, weswegen wir eben auf viele sehr große Unternehmer und Multimilliardär mit Argwohn schauen, weil die eben häufig durch die sehr frühen, durch den sehr zeitnahen Zugriff auf neu geschaffenes Geld ihre großen Unternehmen aufbauen konnten. Und das geht zurück, so lange wir Dollar benutzen weltweit, eigentlich sogar zurück bis in den Goldstandard, wo Könige definiert haben, wie viele Goldmünzen geprägt werden, ja, unabhängig davon, wie viel Gold gefunden wurde und bestimmt haben, dass in diesem Geld der am Ende Zölle und sonst was bezahlt werden müssen. Das heißt, das, was wir mit Bitcoin lösen können, da spreche ich auch nur von einer Möglichkeit, ist eines der ältesten Probleme überhaupt der Menschheit und zwar ein Geld zu haben, was im großen Maße funktioniert, was sich nicht zentral inflationieren lässt und worauf wir eine gesunde Gesellschaft aufbauen können. Und das ist der Ausblick und nichts von dem, was ich gerade gesagt habe, muss so kommen, aber das ist die große Chance, die wir mit Bitcoin haben, die wir hoffentlich auch wahrnehmen und für uns umsetzen können. Also Fakt ist eins, Freunde, viele von uns glauben ja an diese ganzen ISO-Geschichten nicht, weil wir sagen, dass Bitcoin an sich erst mal schlecht sei, sondern weil wir davon ausgehen, dass die zentralen Strukturen mittlerweile einfach so mächtig sind, und so allgegenwärtig, dass sie eben nicht sowas wie ein freies Geldsystem nicht zulassen werden. Das ist ja so unsere Behauptung, unsere Unterstellung, dass sie weitermachen werden und auch damit noch durchkommen werden. Ich bin sehr gespannt, ja, wir werden mal schauen. In jedem Fall sind wir beide Lager gut aufgestellt, also sollte Bitcoin siegen, freuen wir uns alle, weil dann gibt es ein demokratisches Geldsystem, das allen langfristig gut tut. Wenn nicht, dann haben wir ein bisschen was und werden wahrscheinlich daran partizipieren und auf jeden Fall auch damit Gutes anstellen. Darf ich nur eine Sache dazu sagen? Das Gute ist, dass du im Endeffekt diese Situation, dieses zumächtigen Systems, immer aus der Sichtweise betrachten musst, dass diese Macht durch die Notwendigkeit der zentralen Strukturen entsteht. Und diese Notwendigkeit ist nicht mehr da. Und je länger dieser Prozess vorangeht, desto mehr wird sich eine Notwendigkeit für Bitcoin zeigen, egal wo. Und das siehst du mittlerweile sogar auf geopolitischer Ebene. Es gibt fast gar kein geopolitisches Thema mehr, wo Bitcoin nicht besprochen wird, ob es jetzt Gesetze gegen oder für Bitcoin sind. Schauen wir in die USA, wo mittlerweile der Energienetzbetrieb in ganz Texas durch meine unterstützt ist, um Stabilität in die Volatilität des Stromnetzes zu bringen, also in die Stromfrequenz, bis hin da, dass wirklich bei den Gouverneurswahlen nicht ein einziges Land das Thema nicht behandelt hat. Ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, dass Bitcoin auch für einen Politiker von großem Vorteil ist. Am Ende für jeden Menschen. Es gibt keinen, der durch Bitcoin nicht profitiert. Das ist der große Punkt. Ich glaube nicht an eine Verschwörung. Ich glaube nicht, dass da oben drei Leute sitzen, die ihre Fäden spinnen und darüber glücklich sind. Die wird es geben, ja. Aber deren Handlungsspielraum ist eben begrenzt auf die Möglichkeiten, die das eigene System mit sich bringt. Ich glaube aber im Endeffekt ist das, was wir heute haben, einfach ein Teil des Systems, wie es funktioniert. Und das war das beste System, was uns allen gefallen ist, um nach dem Zweiten Weltkrieg eine möglichst hohe Fairness zu schaffen, die aber eben Lücken hat. Und die digitale Welt ermöglicht es eben nicht, diese Form von Systemen, analogen Systemen vorzuführen, ohne auf Vertrauensparteien angewiesen zu sein. Genau daran ist der Goldstandard gebrochen. Und genau das ist, was wir mit Bitcoin in einen digitalen Rahmen wieder gepresst haben. Das geht jetzt auch nicht aus den Fragen hervor, aber das würde mich jetzt direkt mal wirklich interessieren. Ihr merkt, das ist ein sehr dynamisches Gespräch. Ich denke, wir werden auch zwei Teile draus machen wahrscheinlich. Meine Frage wäre, wie denkst du denn über diese ganzen CBDCs? Ich meine, die nehmen jetzt ja immer mehr Fahrt auf. Es gibt jetzt ja viele Länder, die bereits ihre eigene staatliche Kryptowährung hervorbringen. Siehst du die als Gegenstück oder als Gegenspieler zu Bitcoin oder siehst du sie eher mit ihren Versuchen und die werden schon früh genug scheitern und feststellen, sie kommen damit nicht weit? Wie stehst du zu diesen CBDCs? Ja, klar. Natürlich wollen die mehr zentrale Planung ermöglichen und sehen sich da auch die große Hoffnung drin. Siehst wie ein Mensch, der am Schwimmen ist und dem die Kraft verloren geht, der anfängt zu strampeln und sich irgendwie oben zu halten, der wird zu den verzweifelten Mitteln greifen, um nicht zu ertrinken. Der wird sich an dem letzten Strohhalm im Wasser festhalten, Versuche festzuhalten, der da lang schwimmt. Und die noch zentralere Planung ist meiner Meinung nach das Aufbäumen eines sehr fragilen Systems, um am Ende zu überleben. Ich sehe, wie gesagt, nicht die drei Leute, die das System kontrollieren. Es wird ein paar geben, die ihre Schmiergeschäfte machen. Keine Frage. Also mit Sicherheit ist an der einen oder anderen Verschwörung irgendwas dran. Interessiert mich aber am Ende gar nicht. Ich sehe das eher ganzheitlich, eher auf so einer Meta-Ebene. Für mich ist das Fiat-System ein Organ in einem Körper, das wie Krebs ist und versucht zu überleben. Und wir schütteln mit Bitcoin etwas rein, was diesen Krebs angreift. Und der Krebs wehrt sich und wird immer aggressiver und immer heftiger, weil er einfach nicht gehen will. Er zerstört alles Leben dabei und das ist dem Krebs auch völlig egal, weil der Krebs hat nur noch ein Ziel vor Augen. Ich darf nicht gehen. Und so musst du dir dieses Wehren und diese immer drastischeren Lösungen, diese immer drastischeren Methoden vorstellen, die hier systemisch kommen und nicht, weil einer da sitzt und das macht, sondern was das System selber eine Art Organismus ist, der in sich versucht, sich so zu wehren. Und Bitcoin ist genauso ein Organismus, der das Gleiche tut, aber eben zehnmal robuster ist, weil er keine Single Points of Failure hat, die das Fiat-System eben hat. Wenn du das immer so zeitlich einordnest, ich meine, wir sind jetzt ja gerade bei deren Trial and Error. Du sagst ja, höchstwahrscheinlich wird es eher Error als Trial. Das Problem ist, so ein CBDC kann sehr lange gehen. Es kann sein, dass uns das 30 Jahre begleitet oder so und dann mit einem gewaltigen Schaden, mit einem gewaltigen Knall geht. Die Möglichkeit sehe ich durchaus. Ja, klar. Meine Frage wäre nämlich, wenn du so die nächsten fünf bis zehn Jahre einordnen solltest, jetzt haben wir ja gesehen, das Crypto-Space ist sehr schnelllebig, es passieren ja sehr, sehr viele Dinge, auch unvorhersehbare Dinge, deshalb natürlich nur aus dem Bauch heraus. Wie siehst du so die nächsten fünf bis zehn Jahre die Entwicklung von Bitcoin, ganz generell vom Kryptosektor und wie siehst du es auch so mit den Währungen? Glaubst du, dass vielleicht erstmal alles so weiterläuft wie bislang, einfach nur mit eben vielleicht digitaleren Währungen wie CBDCs oder denkst du vielleicht doch, in den nächsten Jahren gibt es vielleicht mal den ultimativen Crash? Sie werden einsehen, dass das Geschwür nun so groß ist, dass man nichts mehr dagegen machen kann und sie müssen einsehen, dass sie da jetzt irgendeine neue Lösung brauchen. Wie siehst du das so zeitlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also ich glaube, nicht an den systemischen Crash. Ich glaube, dass viele kleinere Landeswährungen kollabieren werden, wie wir das türkische Lira, Libanon gerade mit dem libanesischen Fund sehen und so weiter. Also alle kleineren Währungsräume kommen massiv unter Druck, dadurch, dass die USA ja auch durch ihre Geldpolitik alles an Fiat-Währungen aufsaugt. Mal als ganz kleines Beispiel. Die USA hat den größten Währungsraum, die drucken neues Geld und schieben dieses Geld in ihre Unternehmen in Form von Schulden. Angenommen in den Autobauer als Beispiel. Nehmen wir mal nicht den Autobauer, weil tatsächlich ist Tesla mal ein Sonderfall, der wirklich losgelöst von dieser Thematik ist, aber nehmen wir mal irgendwen anders, der den besten Fußball produziert. Das Ziel ist aber, die meisten Fußbälle zu verkaufen. Die USA baut jetzt ganz viel Geld, weil sie den größten Währungsraum haben, brauchen sie die Währungsmenge nur sehr wenig verwässern, um die größte Geldmenge zu haben. Können dann mit einem eigenen Unternehmen, was in den USA ist, massive Innovationen für den ersten Moment schaffen und massiven Vorsprung, super viele Produktionszahlen, Ressourcen einkaufen, alles. Und kleiner Währungsraum, der versucht, ein Unternehmen zu schaffen, was mit diesem Wirtschaftszweig konkurriert, müsste jetzt wieder auch Geld drucken, aber weil der eigene Währungsraum kleiner ist, muss er sein eigenes Geld mehr verwässern. Das heißt, er kann diese Verwässerung nur dadurch auffangen, dass seine Wirtschaftsleistung größer hat, sie der USA, aber wie soll das gehen, wenn er seine eigenen Unternehmen nicht unterstützen kann? Das heißt, es ist ein sterbender Prozess von allen Währungen, die kleiner sind als der US-Dollar. Das ist auch genau der Grund, warum gerade China, Russland, Indien, Brasilien eine neue Weltwährung planen, die sogenannte BRICS-Währung, weil sie das nicht mehr mitmachen wollen. Aber die Sache ist, alle kleineren Währungen, die können wirtschaftlich nicht stabil bleiben, auf lange Sicht gesehen, weil sie einfach den kleineren Währungsraum haben. Und das ist übrigens auch ein guter Punkt, wenn du deinen Währungsraum stabil halten willst, kannst du ihn vergrößern. Das ist das, was China gerade macht. Fahren die ganzen afrikanischen Küstenregionen ab, punkten da überall hunderte Milliarden in Infrastruktur, in Häfen, in Industrien und so weiter, um den eigenen Wirtschaftsraum zu vergrößern, um eben einen größeren Währungsraum zu haben, um besser diesen Prozess eben durchführen zu können. Und was meinst du, was passiert, wenn die Währungsräume an ihre Grenzen stoßen? Was meinst du, was dann passiert? Wir versuchen die Territorien irgendwie mit Gewalt an sich zu bringen. Natürlich. Und genau das ist halt der Punkt. Im Endeffekt hast du eine Situation, wenn du das mal auf dieser Basis betrachtest, ja, die USA haben gerade eine ziemlich krasse Machtstellung. Alle kleineren Länder sind unter Druck und die USA kann diese Machtstellung immer wieder ausnutzen, indem sie schneller als andere den Leitzins anhebt. Die halten das aus, weil dann gibt es auch noch höhere Zinsen im Dollar. Alle anderen müssen das Geld niedrig halten, also den Zins, damit sie überhaupt liquide bleiben. Das heißt, du kannst Schulden in der Einwährung machen und kannst das alles nach Dollar schiffen. Und genau das passiert. Wenn der Dollar, wenn du Staatsanleihen kriegst, zu sagen wir mal, bei den Amerikanern jetzt, wie du vorhin schon gut gesagt hattest, ja angeplant 5% Zinsen. Stell dir vor, ein Land muss schnelles Geld haben und gibt nur 1% Staatsanleihen oder 1% Zinsen. Dann kannst du die Währungsdifferenz nehmen, die Zinsdifferenz, machst Schulden in dem einen Land, kaufst dir davon Dollar und kriegst nächstes Jahr garantiert den Spread an Gewinn. So saugst du allen anderen Ländern die Fiat-Währung ab. Das ist der Cum-Ex im ganz großen Stil. Das ist die sogenannte Dollar-Milkshake-Theory, die funktioniert und die immer zeitweilig von den Amerikanern benutzt wird, um dem eigenen Dollar wieder Stabilität zu geben, indem er alle anderen Währungen eigentlich schwächt. Dieser Prozess ist etwas, was wir bei sehr vielen Systemen sehen, die klein sind und die kollabieren, den ich aber nicht in der Größenordnung Eurozone, Dollar, Renminbi sehe. Da kann das irgendwann mal kommen, das ist aber noch sehr weit weg. Bis dieser Zustand für diese großen Systeme erreicht ist, dauert es noch sehr, 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 sehr lange. Das heißt, ich sehe kein Kollabieren dieser Systeme und deswegen auch keine Resignation, keine Erkenntnis, oh, wir müssen es jetzt mal anders machen. Die erste Erkenntnis, die ich wirklich sehe, wäre eine Annäherung zu Bitcoin, weil Bitcoin ein neuer zusätzlicher Währungsraum in diesem Gesamt-Währungsraum-Kampf wird. Alleine dadurch, dass kleine Länder, deren Währung kaputt gehen, jetzt Bitcoin als Alternative nutzen können, ohne sich abhängig machen zu müssen von China. Mal als Beispiel, das ist ja was El Salvador tut, die nehmen auch Hilfe von China an, weil die Hilfe der Amerikaner und die haben ja den US-Dollar als Staatswährung und mittlerweile zusätzlich Dollar eben nicht ausreichend geholfen hat und sie haben gesagt, hey, weil das nicht gereicht hat, müssen wir jetzt Hilfe von China annehmen, aber wir machen uns eben nicht komplett abhängig. Wir nehmen nur ein zusätzliches Geld, um nie komplett abhängig von China zu sein. So haben wir Bitcoin und das könnten jetzt mehr Länder machen. Das heißt, es entsteht ein neuer Währungsraum und das ist der Währungsraum Bitcoin. Und das heißt, irgendwann kann es passieren, dass die Amerikaner noch so harte Geldregeln machen können, so hart wie Bitcoin werden die nie. Und dann passiert nicht die Dollar-Milkshake-Theory, sondern die Bitcoin-Milkshake-Theory und dann kannst du in allen Währungen auch in Dollar Schulden machen, einfach nach Bitcoin rennen und du wirst mit Sicherheit in Zukunft einen höheren Gegenwert haben. Das mit der Währungsraumerweiterung habe ich so noch nie durchdacht. Sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Mega, mega, mega cool. Da habe ich es rausgehört. Die nächsten fünf bis zehn Jahre denkst du jetzt an nichts Riesengroßes, aber vielleicht, dass weitere Länder eben folgen werden, dem Beispiel wie der Türkei und dem Libanon und so, dass die Währungen eben Stück für Stück immer weiter entwertet werden. Okay, verstehe. Also, aber du siehst das eben nicht, den, was einige eben prophezeien, den ultimativen Kollaps, den Great Reset oder was man nicht da so alles gehört hat. Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, wir haben jetzt noch eine letzte Frage und dann gibt es noch ein paar Zuschauerfragen. Ich glaube, die Zuschauer brennen auch schon darauf, ja. Die letzte Frage finde ich auch sehr interessant und zwar, wenn du heute nochmal, sagen wir mal, ein gewisses, so mal sagen wir 10.000 Euro bekommen würdest, ja, und du darfst die jetzt nur in Kryptowährungen investieren. Du musst jetzt auch nicht die genaue Verteilung nennen, aber vielleicht so ungefähr ein Prozent, wenn es überhaupt einen Prozentsatz gibt, gibt es irgendeine Altcoin, vielleicht Ethereum oder irgendein anderer Altcoin, wo du sagst, der ist an sich rundauf solide, finde ich interessant und wenn ich jetzt 10.000 Euro hätte, würde ich wahrscheinlich den größeren Teil, würde ich immer jetzt annehmen, in Bitcoin investieren, aber eben ein Teil auch in XY. Gibt es da irgendwas? Ne, der Unterschied von Investment zu sparen ist, das ist ein Investment, der immer einen Return on Invest ermöglichen kann und jedes Return on Invest, also jede Rendite, der steht immer ein Risiko gegenüber. Das ist der Unterschied zu sparen. Beim Sparen gibt es kein Kontrahentenrisiko, aber dementsprechend auch keine Rendite und ich würde diese 10.000 Dollar oder Euro sparen, aber eben in einem guten Geld. Ich glaube, die meisten haben verstanden, wie es denn umgesetzt wird. Sehr interessant, okay. Ich würde halt kein Kontrahentenrisiko eingehen wollen. In einer Welt, wo ja eigentlich jeder Markt sehr aufgebläht ist durch zentrale Geldschöpfung, hast du sehr viel Gefahr, dass eben Einflüsse der zentralen Geldpolitik auch Einfluss auf die Kurse von irgendwelchen Gütern, ob es Immobilien oder Gold oder von mir aus auch Bitcoin ist. Der Punkt ist halt, was aber der langfristige Ausblick, wie lange können Systeme und Netzwerke, da können wir auch von einem Immobiliennetzwerk ausgehen, wie lange können die bestehen als aufgeblähter Markt und was bleibt, wenn dieser Markt kollabiert, an Gegenwert übrig? Und da ist einfach meine Frage, die sich auch jeder selber beantworten muss, was ist das Härteste, in das du investieren könntest? Ist es dein Immobil, weil du sagst, hey, das ist wenigstens mein Eigenheim, da verschuldige ich auch gerne noch meine Kinder zur Hälfte mit, weil es heute so teuer ist oder sagst du, hey, das Härteste ist für mich Gold, weil nur Bares ist Rares oder nur Rares ist Bares. Also das ist jetzt so ein bisschen die Frage, oder sagst du eben, ja, es ist für mich Bitcoin oder es ist für mich ein Kryptoprojekt, weil ich einfach die Chance sehe, dass da vielleicht ein kleines Projekt noch super unentdeckt ist und durch irgendeine große Nutzung in der Wirtschaft sehr teuer wird und dadurch habe ich super viel Gewinn gemacht. Das ist ja legitim. Aber wie gesagt, meine Antwort darauf ist, ich möchte kein Risiko mehr eingehen. Die ganze Welt baut ja mittlerweile auf diesen Risiken auf. Ich möchte eigentlich das geringste Risiko wählen. Das ist meine persönliche Erfolgsstrategie. Kannst du dir aber auch vorstellen, wir reden ja jetzt sehr häufig über das Zahlungsmedium. Wir reden über Geld, wir reden über Bitcoin, wir reden über CBDCs. Es gibt ja aber gerade im DLT, also in Distributed Ledger Technologies oder vor allem auch bei Blockchains, ja viele verschiedene Ansätze an Lösungen, die auch für die Real-Bit sehr interessant sind. Meinetwegen Lieferketten-Tracking, dass man es eben ermöglicht, großen Handelsketten, ihre Produkte, Lebensmittel besser tracken zu können, einfacher weltweit zu agieren. Kannst du dir nicht vorstellen, also diese gesamte Industrie, die daraus entstanden ist, ist ja nicht nur auf Zahlungsprozesse ausgelegt. Es gibt ja auch viele, die noch andere Steckenpferde haben. Könntest du dir auch vorstellen, dass man sowas vielleicht als Anleger mit ins Portfolio auf dem Bild so ein bisschen breit gefächert hat, dass man sagt, ich habe vielleicht Bitcoin, das ist meine härteste Geschichte, aber ich habe eben vielleicht auch bei VeChain als Beispiel, ich finde Lieferketten-Tracking interessant und ich glaube, das würde der Welt einen Mehrwert bringen oder Chainlink hat Oracle-Dienste, auch wenn du die teilweise vielleicht kritisch siehst, wenn ich das zurückerinnere vorhin, aber Oracle-Dienste, die dann eben Dinge von der Realwelt auf die Blockchain bringen und damit eben eine Synergie ergeben. Könntest du dir nicht vorstellen, dass sowas auch interessant ist oder sagst du, ist interessant, aber eben nichts für dich? Meine Problematik damit ist immer fundamentalerer Natur. Du hast es gerade gut angesprochen, Lieferketten überprüfen, ja? Wie macht man das? Wie kommen diese Daten in die Blockchain? Also sagen wir, du hast einen Sensor in einem Produkt oder in einem Container und der wird jetzt über das Meer geschifft und der Sensor sagt immer, wie viel Grad ist es im Container, zum Beispiel für Medikamente, Nahrung oder so, wo befindet der sich gerade, ja? Und am Ende hast du dann ein Lieferketten-Tracking, was du benutzen kannst, ja? Und diese Daten sind am besten noch in der Blockchain gespeichert, also in einem Datenspeicher, der auch in den nächsten 100.000 Jahren noch diese Daten vorhält. Jetzt als Frage, also die Blockchain ist eigentlich ja nur eine Datenbank, die halt verteilt ist. Okay, aber wofür brauchst du die Blockchain, wenn du doch zentrale Informationen einträgst? Ja, du vertraust ja, also angenommen, mir würde jetzt so ein Containerschiff gehören und ich würde jetzt hingehen und würde die Sensoren dort manipulieren und würde, du kannst ja Geotagging machen, wie du willst, du kannst ja mit deinem Handy auch schon so tun, also würdest du gerade GPS-mäßig durch die Straße laufen, aber du bist bei dir zu Hause, weil das ja einfach nur die GPS-Daten sind. Wenn das alles manipulierbar ist, was gewinnst du jetzt dadurch, dass du diese Daten, die auch manipuliert sein können, in die Blockchain einträgst? Das, was du gerade besprichst, sind einfach nur verteilte Daten. Was ist, wenn du eine Datenbank machst? Walmart macht eine Datenbank, von mir aus eine offene Datenbank, die offen einsehbar ist und speichert all diese Daten jetzt einfach in der Datenbank. Was verlierst du dann, wenn du es zentral speicherst? Schau mal, so einfach wie du, kannst ja eine offene Schnittstelle machen. Nimm mal Facebook als Beispiel. Facebook als zentrale, offene Datenbank. Also wenn du da was postest, dann taucht das ja bei Facebook auf oder Twitter oder so. Du postest was, alle sehen das. Naja, und jetzt machst du das und statt dem, dass du einen Post schreibst, schreibst du dort diese Daten rein. Und das kann ja jeder Bauer, ich meine, jeder Bauer kann sein Handy nehmen und mit Twitter eine Nachricht schreiben. Und so könnte er auch genauso was scannen, was eben in so einer offenen Datenbank steht. Was gewinnst du jetzt durch die Blockchain? Weil es sind ja eh zentral eingetragene Informationen. Also was gewinnst du durch die Blockchain an der Stelle? Erstmal eine Vereinheitlichung. Also du hast erstmal, nicht einer nutzt Instagram, einer hat TikTok für seine Bekanntgabe. Aber du könntest, das kannst du genauso mit einer zentralen Datenbank machen. Guck mal, ich komme ja genau aus diesem beruflichen Umfeld. Also wir hätten beruflich damals eigentlich gar nichts gewonnen, wenn wir die Blockchain genutzt hätten. Weil wir haben ja eh einen Datenstandard, den wir alle sprechen. Beispielsweise SQL, als SQL-Datenbanken. Das ist ein technischer Standard und den sprechen alle. Was gewinnen wir in dem Moment mit der Blockchain? Du sagst, die Blockchain an sich, die Lösung hört sich erstmal gut an, aber unterm Strich könnte man sie auch mit den jetzigen gegebenen einfach lösen und bräuchte dafür nicht extra in der Blockchain. Die Blockchain ist nichts Neues. Datenblöcke, Datenblöcke gibt es seit, weiß nicht, 30 Jahren oder so. Also es ist keine neue Erfindung und vorher hat die Technik dafür keine Verwendung gefunden. Du brauchst die Blockchain eigentlich nur für einen einzigen Punkt und zwar, um erstens eine Difficulty einzutragen, eine Schwierigkeit vom Mining und zweitens, um über den gesamten Block einen Hash zu bilden, der von seiner Knappheit oder von seiner Schwierigkeit im Difficulty-Bereich liegt. Das heißt, du brauchst die Blockchain bei Bitcoin nur für einen einzigen Punkt, nicht um die Daten zu verteilen oder um die Daten redundant zu speichern. Das kannst du mit ganz anderen Technologien, es gibt ja heute CDNs, wenn du Facebook, den Hauptserver zerstörst und die Daten noch auf zig anderen Servern. Also die Sache ist, das ist alles keine Errungenschaft der Blockchain. Das, was du bei Bitcoin damit machst, ist die physikalische Leistung eintragen und keinen Zeitserver zu brauchen, der zentral geführt ist. Aber der ist ja nur dann relevant, wenn du dir sicher sein kannst, dass die Realweltinformation nicht gefälscht sein kann, weil sonst ist jede Fälschung obsolet. Und die Blockchain ist eine super langsame, super schlechte Technologie. Die ist schwer zu updaten, alle zu überzeugen, das Update durchzuführen. Die ist schwer zu warten. Und du musst auch noch diesen ganzen Voodoo betreiben mit Paketgrößen und so weiter. Also du kannst ja viel besser eine SQL-Datenbank nehmen. Also was gewinne ich in dem Moment? Man sagt dann vielleicht, ja, ich brauche jetzt nicht mehr einer Partei vertrauen, dass die die ganzen Daten speichert. Ja, dann mach eine offene Blockchain und jeder darf sich eine Kopie ziehen. Eine offene Datenbank, eine offene SQL-Datenbank, jeder darf sich eine Kopie ziehen. Aber wenn du eh zentral eingetragene Infos hast, dann ist auch egal, ob du einer zentralen Partei diese Daten anvertraust. Das ist der große Punkt, den ich halt so häufig auch bei der Blockchain kritisiere. Wenn ich das auf diese fundamentale Ebene runterbreche, hat die Blockchain keinen Nutzen, außer um physikalisch geleistete Leistung, Arbeit in der Realwelt zu dokumentieren. Sehr, sehr spannend. Also ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie beschäftigt mit diesen Datenbanken, aber das ist total einleuchtend, was du gerade erzählst. Vielleicht einige Zuschauer in der Lage, dieses Thema vielleicht nochmal so ein bisschen zu erörtern. Also falls du gerade sagst, ja, wir haben doch noch eine wichtige Sache übersehen oder du hast vielleicht noch ein, zwei Argumente für mich, die wir dann vielleicht nochmal nachtragen können. Das möchte ich noch dazu sagen. Also ich möchte nicht sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen oder so. Ich bin super offen für Kritik. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, Roman hat wirklich den und den Fall nicht bedacht. Das kann ja durchaus sein. Ich bin nicht perfekt. Ich bin ja nur ein Mensch, der sich seine Gedanken macht. Ich wäre auch bereit für ein Follow-up-Video, wo man genau diese Dinge dann nimmt und einfach auch da nochmal drüber nachdenkt und argumentiert. Finde ich super wichtig. Gehört für mich nämlich einfach mit dazu. Aber das ist eben eine dieser Grundfragen, die ich erstmal überhaupt an jede Blockchain stelle. Warum überhaupt eine Blockchain? An welcher Stelle macht das Sinn, wenn eh zentrale Informationen, also ein zentraler Scan, dezentral gespeichert werden soll? Was gewinnen wir damit? Ich muss einfach sagen, das ist definitiv sehr, sehr spannend, was du erzählst. Und ich glaube, man konnte heute auch viel dazulernen. Ich habe sehr bei diesem Gedankengang noch nie gehabt. Von daher konnte ich auch immer wieder das dazulernen. Sehr, sehr spannend. Dann habe ich noch jetzt ein, zwei Fragen an dich von den Zuschauern. Ich weiß, es gab viel, viel mehr Fragen. Und wir können, wie gesagt, wenn du Lust hast und das ich irgendwann mal anbiete, zeitlich bei dir, vielleicht nochmal ein zweites Video machen, wo wir noch weitere Fragen wählen. Beginnen würde ich mal mit der Frage von Wake. Er sagt folgendes, Bitcoin ist zwar die beste Kryptowährung, die einzige, die Sinn macht, aber es ist meiner Meinung nach wahrscheinlicher, dass sich XRP eher als Währung durchsetzen wird. Sollte man da nicht ein wenig diversifizieren und neben BTC auch zumindest ein bisschen XRP oder andere, wir nennen sie immer ISO-Coins, also Coins, die eben diesem ISO-Standard gerecht werden, dass man da eben auch noch ein bisschen diversifiziert. Ich glaube, indirekt hattest du die Frage ja schon vorhin beantwortet. Ich glaube halt, dass der Gedanke der Diversifikation immer daher kommt, dass wir heute viele Märkte haben, die durch die Geldmengenausweitung profitieren und man versucht eben sein Risiko auf ein Pferd zu setzen, zu minimieren. Aber ich sehe den ökonomischen Anreiz nicht, der später für mich diesen Spareffekt hervorruft und das ist eben eine Betrachtungsweise. Ich kann auf alles spekulieren. Was ich bei Bitcoin mache zum Beispiel, wenn ich Bitcoin kaufe, kaufen würde, kaufe ich nicht das Wissen, dass Bitcoin irgendwann mehr wert sein wird. Auch nicht das Wissen, dass Bitcoin vielleicht mal wirklich unser Geld wird. Was ich kaufe, ist das Wissen, dass ich eine knappe Einheit gekauft habe, die keiner inflationieren kann. Was ich mit diesem Wissen anstelle und welche Hoffnungen oder Chancen ich daran knüpfe, ist zweitrangig. Aber das ist das, was ich bei Bitcoin kaufe. Das ist eine zensurresistente Knappheit. Diesen Use Case sehe ich jetzt bei XRP in dieser Form nicht. Aber das muss auch jeder für sich wissen und jedes Investment, wenn es der eigenen Strategie dienlich ist, ist legitim, oder? Ich meine, ich bin gegen Verbote. Wir hatten auch über dieses SEC-Thema gesprochen. Ich bin da gar nicht der Hoffnung, dass die SEC irgendwas verbietet oder so. Meine Meinung nach soll ein freier Wettbewerb das beste Geld zum Vorschein bringen. Und in der idealen Welt würde XRP einfach mit Bitcoin konkurrieren um den Stand des besten Geldes und dann würde das Geld mit den höchsten ökonomischen Anreizen am Ende gewinnen in einer wirklich freien, sehr kapitalistischen Welt, wo eben eine zentrale Einheit nicht eingreift. Aber ob das kurzfristig oder temporär oder vielleicht doch, weil andere Faktoren für die Menschen wichtig werden, ein anderes Ergebnis ergibt, kann natürlich sein. Wer da diversifizieren möchte, der möchte es doch einfach tun. Das ist doch die freie Entscheidung und wer dann ruhiger schlafen kann, der soll das gerne machen. Also ich sehe da kein Argument jetzt gegen, außer, dass man vielleicht sagt, ja, die Überzeugung ist bei dem einen oder anderen Projekt größer, weil ich habe mich damit so beschäftigt und festgestellt, naja, da ist der höchste ökonomische Anreiz. Aber es kann ja meine persönliche Entscheidung sein, aber muss ja nicht die von allen anderen Menschen widerspiegeln und das ist Gott sei Dank eine individuelle Entscheidung und sollte es auch bleiben und hoffentlich auch mit CBDC bleiben. Ich denke, sehr diplomatisch auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich sehe es ähnlich. Also man muss einfach seine eigene Strategie verfolgen und die kann natürlich aussehen, wie man will. Nun bin ich, anders denken in einigen Punkten, aber das heißt ja noch lange nicht, dass der andere deshalb Unwahrheiten sagt oder dass er damit falsch liegt, sondern wir haben eben verschiedene Annahmen, verschiedene Historien auch vielleicht, womit man sich wann wie beschäftigt, verschiedene Einflüsse auch, ja, und das führt dann irgendwann natürlich zu einem gewissen Finanzweltbild, wenn man so will. Aber auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend, die Eindrücke mit dir zu teilen heute, weil das mal wieder so ein bisschen was anderes ist. Ich meine, die hat mit sehr vielen Leuten zu tun und sehr viele Leute auch ähnlich ticken. Man sucht sich ja immer so ein bisschen seinesgleichen, ja, und von daher ist es mir sehr interessant, deine, ja, doch sehr nachvollziehbaren Gedankengänge zu teilen heute. Cool. Findest du es moralisch verwerflich, andere Kryptowährungen wie XRP zu halten und damit die bösen Währungen zu unterstützen? Auch das ist, glaube ich, unterm Strich. Nee, habe ich ja gerade auch schon gesagt, soll doch jeder machen, wie er das möchte, ja, ist doch komplett in Ordnung und legitim, ja. Aber eine gute Frage habe ich noch zum Schluss und die ist wirklich interessant. Die hat noch was mit Bitcoin zu tun und nichts mit irgendwelchen anderen Währungen, sondern die Frage ist zu den Ordinals, ja, das sind ja jetzt diese ganz neuen Hype-Reihen, die wir so lesen dürfen, Bitcoin und NFTs, hört sich erstmal wie zwei Gegensätze an, aber scheinbar irgendwie funktioniert es doch und Toffer fragt, fagen wir mal Roman, wie er zu Ordinals steht. Ist es eine Bereicherung oder eher eine Verunreinigung der BTC-Chain? Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Sowohl als auch. Also ich glaube, auch hier gilt, zentral eingetragene Produkte unterliegen immer des zentralen Vertrauens. Bei NFTs muss man hier nochmal eine Besonderheit mit reinnehmen. Man kann vielleicht sagen, ja, schau mal, das NFT habe ich wirklich zuerst erstellt, ja, das ist wirklich das allererste, und alle, die da nachgekommen sind, sind nur Kopien. Das geht dann so ein bisschen in diese Richtung Pokémon-Karten oder sowas. Ja, aber auch da hast du ganz häufig natürlich, ja, da muss sowas wirklich von Wert sein und dann muss sich da auch eine große Community drum bilden, damit das auch von Wert bleibt. Ja, und beim Ordinals-Thema haben wir jetzt einen Hype gesehen, der gerade auch wieder ein bisschen abäppt, der durchaus wiederkommen kann. Ich sehe es trotzdem als Bereicherung für Bitcoin. Aus dem Grunde, weil es die Nutzung von Bitcoin massiv nach vorne bringt und das unabhängig jetzt von der Finanztransaktionsnutzung, sondern eben als ein Use Case, ob er sinnvoll erscheint oder nicht, führt aber dazu, dass vor allem, wir haben nicht vor einem Jahr, wir haben etwas über einem Jahr ein neues Update bei Bitcoin gesehen, das sogenannte Taproot-Update, auf dessen technischer Basis diese Ordinals überhaupt möglich waren. Und was wir zum Beispiel bei einem Update gesehen haben, was noch damals aus diesem Fight, wir sprachen vorhin darüber, mit Bitcoin, Satoshi Vision und so entstanden ist, das sogenannte Segwit-Update, womit wir überhaupt erst die technische Möglichkeit für sowas, die Lightning als Second Layer bekommen haben. Das Segregated Witness, der wurde irgendwie rausgenommen bei Bitcoin Cash und dadurch kann es irgendwie verschnellert werden, irgendwie sowas habe ich mal damals technisch. Ist eigentlich ganz einfach, die eigentliche Transaktion, die findet ja in den Bitcoin-Blöcken statt und jetzt hast du noch einen Bitcoin-Block Anhang und in diesem Anhang stehen so Nebeninformationen, die jetzt quasi aus den Blöcken ausgelagert sind. Dadurch sind die Blöcke auch minimal größer, die sind jetzt bei Bitcoin bis zu 4 MB groß statt einem MB, also du hast knapp 3 MB Anhang sozusagen und kannst jetzt eben aber dieses Segwit-Witness dort reinschreiben. Taproot funktioniert ähnlich. Die Sache ist aber auch bei Segwit, hat es super lange gedauert, bis Dienstleister und so überhaupt auf diesen neuen Standard umgestiegen sind und das überhaupt akzeptiert haben und das überhaupt Segwit-Transaktionen machen. Dabei haben sie viele Vorteile, dadurch, dass du nämlich ausgelagerten Speicher hast, sind sie günstiger, die Transaktionen, du hast mehr technische Möglichkeiten und so weiter. Und Ordinales hat jetzt Taproot, das Update massiv gepusht. Die Nutzung von Taproot ist einfach in wenigen Wochen um einige Prozent nach oben gegangen, weil um Ordinales zu benutzen, müssen alle das Taproot-Update eben implementiert haben. Und das heißt auch, für Exchanges und so weiter wird das interessant. Und mit Taproot kommen so viele Vorteile, weil abgesehen von diesen Smart Contracts, die man jetzt in der Form bei Ordinales ja quasi auch sieht, sind auch Sachen möglich, zum Beispiel, dass sich jetzt eine normale Bitcoin-Transaktion nicht mehr von einer Multi-Transaktion oder von irgendeiner anderen Transaktion unterscheidet. Das heißt, du hast durch Taproot eine unfassbar hohe Anonymität auf der Bitcoin-Blockchain. Und das ist ein Riesenvorteil, der jetzt aber durch einen ökonomischen Anreiz geschaffen wird, weil die Leute sagen, naja, wir wollen jetzt irgendwie andere Funktionen auf Bitcoin bringen und müssen deswegen diese neue Technologie nutzen. Und was man nicht vergessen darf, auch wenn da jetzt NFTs mitgespeichert werden, kannst du alles Mögliche an Daten durch Ordinales speichern. Wer weiß, was noch alles für technische Möglichkeiten auf Basis dieser Technologie wieder entstehen, die auch wieder in Second Layern resultieren können. Ich bin super bullish eigentlich und bin sehr offen für das Thema. Ich finde das spannend. Nicht auf Basis der NFTs, sondern auf Basis der technologischen Möglichkeiten und der mehr Nutzung der Bitcoin-Blockchain. Glaubst du denn, dass die Blocksize nicht dadurch irgendwie ein bisschen stark beansprucht wird, wenn zu viele unsinnige Sachen da einfach in die Blöcke reinkommen? Also ich nenne es einfach Unsinn, wenn die da irgendwelche verpixelten Bildchen oder irgendwelche Daten hin und her schicken, wird es ja wahrscheinlich die Blockchain doch sehr stark belasten. Die meiner Freunde, ich habe jetzt schon gelesen, meine haben glaube ich 600.000 Dollar verdient in den letzten zwei Monaten allein mit Ordinales. Aber meinst du, das könnte eventuell so ein bisschen die Blocks erst verstopfen und das alles ein bisschen verlangsamen? Ja, ich habe jetzt nicht genau durchgerechnet, wenn jeder Block vollkommen gefüllt wäre, wie viel, ich glaube, das wären dann um die 250 Gigabyte pro Jahr oder so, die Bitcoin-Blockchain ansteigen würde. Das ist noch eine Größe, mit der man leben könnte. Also wenn jetzt wirklich jeder Block voll gefüllt wäre, ist halt Gott sei Dank nicht. Also das muss man dazu sagen. Am Ende, wie du das gerade schon gut sagtest, ist auch hier wieder die Ökonomie, die uns vor allem Untaten schützt. Stell dir mal vor, so ein Ordinales-Bild braucht wirklich zweieinhalb MB, weil es ein JPEG ist und es ist nicht nur ein kleines verpixeltes Bild, sondern es ist wirklich zweieinhalb Megabyte großes Foto, was du darin speichern willst und du musst jetzt die Transfergebühren alleine tragen für diese zweieinhalb MB Blockspace, wo du konkurrierst mit allen anderen die Finanztransaktionen machen. Und jetzt stellen wir mal vor, das wird jetzt immer mehr und jeder Block ist voll und irgendwann spielen große Banken, Zentralbanken mit, so wie es ja teilweise auch schon der Fall ist wie in El Salvador und die wollen Transaktionen durchführen und die schaukeln dann ihre Transaktionsgebühren hoch und du zahlst immer für eine normale Bitcoin-Transaktion 100 Dollar für eine und dann sprechen wir im Verhältnis zu diesen zweieinhalb MB von einem tausendstel oder so. Also rechne das mal hoch, das heißt, diese zweieinhalb MB würden dich äquivalent 100.000 Dollar kosten. Ja, wenn du dein tolles JPEG für 100.000 Dollar in die Bitcoin-Blockchain schreiben willst, dann go for it, mach das gerne. Ja, ich will gucken, wie lange du für zweieinhalb für, was haben wir gerade gesagt, ja für irgendwie 100.000 Dollar, ich will gucken, wie lange du deine JPEGs in die Bitcoin-Blockchain schreiben kannst, bis du pleite bist. Also im Endeffekt, die Nutzung führt dazu, dass das Gebührenmodell sich anpasst. Das höhere Gebührenmodell macht den Leuten mehr die Notwendigkeit von Second-Layer-Technologien klar, wie Lightning beispielsweise. Dort können wieder günstige Transaktionen durchgeführt werden und Lightning ist dann wie das Abheben bei der Bank und das kostet eben einmalig Geld. Wenn es 100 Dollar kosten sollte, gibt es immer noch die Möglichkeit, auch gebündelte Transaktionen zu machen. Du kannst beispielsweise mit drei Freunden zusammen eine Abhebung machen, die finanzieren. Du kannst aber sogar auch hingehen und kannst vielleicht mal irgendwann mit hunderttausenden Leuten eine Abhebung machen. Das ist jetzt technisch noch nicht da, aber wenn die Notwendigkeit besteht, weil es sonst zu teuer wird, gibt es da theoretische Lösungen, die man einbauen könnte. Aber auch hier wird wieder der Markt dann entscheiden, dass technisch genutzt wird und das ist die Genialität, die eben ein freier Markt mit sich bringt und weswegen ich auch irgendwann am gewissen Punkt überzeugt von Bitcoin war und wie gut Bitcoin funktioniert bei diesen Dingen. Sehr, sehr nice. Also war heute eine richtig, richtig geile Ausgabe. Ich glaube, ich konnte viel lernen. Ich glaube, die Zuschauer konnten viel lernen und vor allem hast du heute auch mal wieder sehr charmant bewiesen, dass du auch fachlich sehr viel Ahnung hast. Also das kommt nicht von ungefähr. Nicht sehr diplomatisch, geht damit sehr gesunden Annahmen ran, hat das Ganze auch wirklich fundamental total gut unterlegt und ich glaube, insgesamt merkt man einfach, du bist sehr belesen, beschäftigst dich jeden Tag mit dem Thema, bist auch technisch auf dem neuesten Stand. Ich konnte eben Sachen hören, die habe ich noch nicht so richtig in der Gänze gehört. Also von daher, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es vielleicht irgendwann mal ein Follow-up gibt. Ich habe vor allem auch noch viele, viele Fragen zum Lightning Network, denn das soll ja so der Game Changer sein, wenn es um das Thema Skalierbarkeit geht. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein Thema, was viele Zuschauer interessieren würde. Aber an dieser Stelle würde ich dir jetzt gerne das Schlusswort übergeben. Vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du den Leuten sagen möchtest oder noch irgendwas, was wir vergessen haben. Erstmal vielen Dank, Alex, auch für deine Zeit und vor allem auch für die Chance für dieses Interview, weil ein großes Problem ist da draußen, dass sehr viele Leute die Annahme haben, dass ich einfach Bitcoin-Maxi bin und alles abschmettere aus dem Trotz oder vielleicht sogar einen religiösen Gedanken heraus, was ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern ich bin ja von einem Kanal, der über alles Mögliche gesprochen hat, irgendwann zu einem Bitcoin-Only-Kanal geworden. Nicht, weil ich eben, weiß nicht, von einer göttlichen Kraft berührt wurde, sondern weil ich mir immer diese Fragen gestellt habe, könnte Bitcoin daran scheitern? Woran könnte Bitcoin noch scheitern? Und beim Beantworten dieser Fragen festgestellt habe, alle meine Möglichkeiten, die ich gehört habe, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, konnte ich mir beantworten. Ich habe nicht beim Heruntergraben in einem Bitcoin-Rabbit-Hole nach weiteren Bestätigungen für meine Annahmen gesucht, sondern ich habe eigentlich versucht, den großen Haken an Bitcoin zu finden und ich habe ihn nicht gefunden. Mit jedem Mal, wenn ich wieder einen Bereich des Kanidchenbaus ausgeleuchtet in meiner Taschenlampe und festgestellt habe, auch daran kann Bitcoin nicht scheitern, war ich mir überzeugt. Aber ich war nicht nach der Suche, nach der Überzeugung, sondern eigentlich nach dem großen Fehler. Und das heißt nämlich, und das ist eben wichtig, nicht, dass es diesen Fehler nicht gibt. Ich habe ihn nur noch nicht gefunden und vielleicht ist er da, aber ich habe ihn noch nicht gehört und nicht gesehen und das ist auch genau der große Punkt. Ich würde mich selber gar nicht als Bitcoin-Maximalist bezeichnen. Ich bin offen für alles und auch nach wie vor offen für jede Kritik an Bitcoin, weil das ist das, was ja am Ende so fundamental wichtig ist, ja, immer weiter reinzuschauen und sich neue Gedanken zu machen, neue Fachbereiche auch zu lernen von Physik über Ökonomie, über, ach alles, ja, und genau das finde ich bei Bitcoin so spannend, beim Versuch, Bitcoin zu entkräften, durchläufst du all diese Fachbereiche und machst so Selbststudien in all diesen Fachthemen und das macht eigentlich so viel Spaß daran, ja. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Falls ihr den Fehler, den Roma bisher noch nicht entdecken konnte, gefunden habt, könnt ihr ihn hier gerne in die Kommentare schreiben, ja. Ansonsten, ja, nochmal großen Dank an euch alle, dass ihr so lange zugeschaut habt und unbedingt auch seinen Kanal abonnieren, schaut euch seine Videos an und wenn ihr dranbleiben wollt, guckt euch auch regelmäßig seinen Kanal an. Ich werde hier unten alles verlinken, auch deine Socials, ja, so dass die Leute dann auch weitermachen können, wenn sie sich weiter dafür interessieren. Ansonsten sind wir für heute durch. Großen, großen Dank. Ja, war ein insgesamt sehr langer Tag heute für uns beide, glaube ich. Haben wir uns jetzt auch den Feierabend verdient. Vielen Dank für euren Zuschauer. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Bleibt mir gesund. Bis bald. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.